Ich hatte hier auch so'n Faggot gerade zur Freundesliste Ja, ich hab'n Card denied, Junge Die Freizeit wurde denied Yes So, was ist jetzt mit dem Gabba? Ja, ich warte noch Low or go, Gabba! Low or go! Du bist low, ich bin pro, also go Du Faggot, Alter, du Faggot Deinen Hodensack in kaltes Wasser hängen Der ist so alt, der Spruch und so beschissen Weil du die Diebnis nicht begreifst, Alter Die Diebnis Die dichterische Freiheit, die da in diesem Gedicht Gedicht? What? Weil der Typ das sagt Hodensack, kaltes Wasser Grüße Grüße Ja Bist du glorreich mit den V-Trade-Gewinn? Also euer letztes Spiel war letztes glorreich Hast du gerade zugeguckt, oder was? Ja Ja, das war schon ziemlich schäbig, aber gewonnen Naja, ist das nicht irgendwie immer so? Ne, eigentlich nett So sollte es eigentlich nett sein Egal Der Deal und ich haben... Wann war das? Wir sind so pro Wann haben wir Deal? Samstag oder Sonntag? Sind wir übelst abgegangen? Einfach mal wieder 5 Runden hintereinander weggehen Thriller Dann kam ich Dann kam er, genau Alle sind gestorben Direkt Erster Kill nach 12 Sekunden Aber auf unserer Seite Ja, da auch hoch Ja, aber Team Setup war auch irgendwie... Ja, das Schlimmste neulich war dieser Typ, der sich in die Findbase irgendwie geblinkt hat Der über die ganze Map da sich porten kann Ich kenn den Hero nicht Ja, dieser Baummann Der hat sich in die Findbase geporten und sofort gestorben hat Das war so... Das war so verhindert War das dieses Chaos Spiel? War das dieses übelste Chaos Spiel? Wo wir... Ja, ja, das war das glaube ich Alter, wir sind so ausgerastet, ey Er blinkt... Ich meine... Der geht da rein Bam, tot Noch 4 Sekunden Erster Kill Und zwar auf unserer Seite Es war einfach so scheiße Ja, hört sich gut an Dieses... Dieses Spiel... Dieses Spiel... Das war... Also... So dumm, dass ich das nicht aufgezeichnet hab, ey Ich hab's dazu wieder in die Base geschafft vom Python Dann der Keeper portet mich zurück wieder Das war geil Ich hab's überhaupt nichts gestreamt sonst irgendwas Achso, du meinst die Demos hier oder was? Achso, ja, dann könnte ich mal gucken, stimmt Ja, das wär echt geil, wenn man das nicht... So ein behindertes Game war das Wo kettet denn das? 4 Letzte Spiele... Oh Gott, welches Spiel war das denn, Junge? Wo kettet ihr denn überhaupt? Keine Ahnung, wen hab ich denn da gespielt? Ich weiß es noch nicht mal mehr Ich weiß... Ich glaub... Ich hatte Centaur... So ein nasses Spiel, Alter Wie war das denn? Ich? Du? Wir beide glaube ich Wir beide gefangen... Umzingelt von Noobs Warst du auch noch dabei? Ja... Und der App... Ich weiß es nicht... Aber die glaub ich nicht Umzingelt von absoluten Spasten, echt Danke Ne, du warst nett dabei, so viele waren das nett Das kann nur noch der Lukas gewesen sein Wenn überhaupt Ich meine, es waren nur Deal und ich Bin mir nicht mehr sicher Ich meine auch Ja, es war auf jeden Fall das epischste Spiel negativ gesehen, was ich da erlebt habe Ja, Mann Steele, los, mach mit Nee Nee, ehrlich denn Warum? Los Wir sind zu professionell für den Ja, genau Was hast du da gespielt? Wir sind so... Wir sind Premium Premium Professional War da der Hackpert auch dabei, als ihr das gemacht habt? Nee Naja Wen hattest du dann gespielt? Wer ist du? Ja, du, Roof Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr Das war so bitter, Junge Du hast es erfolgreich verdrängt Ja, so ein... Ja So ein richtig... Richtiger Abbie Halbenspiegel? Ah, das Roof ist noch nicht Level 13 Hä? Hä? Ich hab noch Bock, Drow in der Mitte zu spielen Ich hab noch Bock, Drow in der Mitte zu spielen Was? Least Blade? Letztes Spiel? Was? Nein, was? Da kannst du nur Helden getten, die du... ...nett... ...oft... ...gespielt hast Achso Choose your hero Ich kann zum Beispiel keinen Centaur spielen ...und keinen Ex ...und keine PA Ey, wieso kannst du die nicht alle spielen? Weil er sie oft gespielt hat, hast du nicht zugehört Na ja Ey, das ist ja unfair Ey, ich kann die ganze... Ich kann die ganze... ...spiele kann ich nehmen Oh, äh... Weh denn das? Ich könnte Terror-Play An sich ist das schon ein geiler Modus Boah, darf ich PA? Mach doch, hey Ey, nicht dass hier wieder irgendwie... ...5 Carries rumlaufen Das ist ja, äh... ...ja... ...nicht der Sinn der Sache Hoven endlich, ja... Im Links Ja, dann nehm ich ne Terror-Blade, alter Könnt ihr nicht Helden tauschen, wenn ihr ingame seid? Ich glaub's nehm ich, denn wir brauchen auf jeden Fall was Tankiges Ach, wenn ich schon Faceless sehe, könnte ich... ...Bahl kotzen So, jetzt haben wir was? Jetzt nimmt er noch Anti-Mate oder was? Nee! Nee, Leute Neee, ach... Kappa Was denn? Dann hättest du wen anders nehmen müssen, jetzt haben wir drei Carries da rum bedümpeln Das wird bitter, Junge Ja, was nimmst du mit hier und auch nicht? Äh... Ich bin kein Carry Der hat Anti-Mage Ja, er hat's Anti-Mage verschissen Der war aber vor dir schon drin, ne? Ja, ihr müsst aber auch immer so... ...äh... ...fug picken, alter Ja, eben drücken, da kann man sich ja auch nicht sprechen Der... ...permafrost Ich hab hier noch irgendein Ding drin, ne? Äh, was hab ich denn jetzt gemacht? Losgescaled Weißt du? Ach, ich spiel jetzt einfach nach dem... nach dem Ding hier, was das kann ich mehr sagen Oh, der bleibt gespeichert wie... Ja, die lassen uns zusammengehen Die Smitte machen, oder was? Ne, warte mal Oder... Oder Klings Was ich sogar noch eher sagen würde, dann fast Okay Wer macht denn jetzt bitte? Ich Oder geh ich runter? Oh... Oh man... Der arme Lukas Wurde in die Mitte verband Warum? Na, Susanne Mitte so schlimm ist doch gut Ich finde es ganz neu sind, ja? Ja... Vor allem für den Carry ist es gut Da liegt ne DD Bin ich blind, aber danke Direkt gleich mal gank Alter Ja, nehm du sie ja genau Ich glaub das... Wir haben ein gut ausgeglichenes Team eigentlich, würd ich für auch Hier Hier? Die haben zwei... Die haben zwei Carries Die? Die haben die Drow noch so als... Ja, aber die haben einfach keinen Tank Hä? Die haben keinen Tank Doch, PA kann man... Äh... PA... Broke... Herrgott nochmal Die Geister alte... Wie heißt sie nochmal? Death Prophet Ach Death Prophet Genau, die kann man als Tank spielen Ja... Ja... Die... 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 Das ist... Die... Ey... NET SO ACROMAN HAU MIR NET IMMA AB Die D-Hub, hau ich noch auf die Fresse. Verstehen du? Das ist GG für den Anti-Mage. Der Dings oben wär fast... ...abgereckt. Soll ist der Anti-Mage gestorben? Gerade. Ich hab keine Ahnung, Rubik hat ihn gekillt. Oh oh, ich sterbe qualvoll. Nice. Verdammt zu früh. Fecher verbrenne ich, Alter. Oh? I'll put this soul to use. Going. Going. Hahaha. Dead man drifting. Ich hoffe, dass Dings hier das gut, was ich gegettet habe. steht auf den PDA sprich mit mir. Ja, ja, was denn? Auf wen willst du denn drauf? Ich würde sagen, das geht ins... Ach, Duncan. Auf wen denn? Auf den... Ich hab'n Slow, Junge. Jetzt! Ist doch... Wenn du was gesagt hätt' ich ihn erst slowen können, dann hätt's da reinspringen können. Ihr braucht jetzt noch nicht viel getten, außer die machen einen Fehler. Ja, aber da springt ja hier als irgendwo drauf, deswegen... Und ich wenigstens, dass er mir das sache... Und jetzt mit der PA erst verlassen wird's getten und jetzt wird's bis Level 6. Außer dann natürlich, die machen Fehler und ihr könnt irgendwie ein bisschen drauf machen. Ab und zu kann's noch mal ein Decker geben. Nur jetzt. Kommt drauf an, wie's läuft auf der Lane. Ich glaube, unten fehlt der Dings. Ich glaube, unten fehlt der Dings. Cold front coming. Forward. Temperature dropping. Water vem. Wasser ist ein Hammer. Hütt es fdoes. Als ich proprietary des Stolve. Wirklich, unterkommen. der weiß dann nennt man wie man tangos teilt alda was? schaden er einfach noch natürlich weiß ich wie man tangos teilt nur der dings ne ah jetzt hat das gecheckt oh mein gott pfff, jetzt hab ich schon wieder kein mana mehr alter, das nervt so hart wer ist denn da? ich weiß nicht, blablabla ich weiß nicht, ob ich in einem Shop bin ich weiß nicht Drift Da unten fehlt einer Er ist wieder da Oh er ist wieder da Drift 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 Dead ahead Open switch Drift Drift Front coming! Going! Frostbite! What? Oskar is again there! It's missing! It's missing! It's missing! Is he there? It's missing! Dead man drifting! It's missing! Your middle tower is under attack! Oh that's cool! Where is that? It's missing! Frostbite! The left is there! To battle! He has his ulti gear! I have my ulti gear! I have my ulti gear! I don't have to go! I don't have to go! I don't have to go! Yes! I don't have to go! Oh, he took the balloon from me! The bastard! That was GG from the thing! That was really GG! Oh! Oh! Die Huren mit ihren Scheiß! Sechs Viechern! Schieß mal gleich mal den... Typen! Rechts! Ne, lass mir das drücken! Schwebehase, oder was? Ja! Jawoll! Der Anti-Mage springt die ganze Zeit rein, obwohl er nichts mehr getten kann! Hehehehe HEHEH! Die Faggots, deswegen habe ich sie geslowed, weil dann können sie nicht so schnell voneinander wegrennen. Der war nice, Alter. Ich bin der Revenge, Junge. Wofür eigentlich? Sie haben uns ja noch gar nichts getan. Machen wir gleich mal, äh, seid ihr denn? Oben oder unten? Bisschen unten, die nimmt mich in der Ruhm. Dann komm mal hoch. Okay. Ich darf. Ich mach gerade eh hier die Minivalle fertig. Ja, im Moment sind sie eher am Tower. Jetzt kommen sie wieder. Soll ich mal hochkommen? In der Mitte ganken? Nöööööö. Machen wir eigentlich nicht. Ah, schön, sie haben es gecheckt, Alter. Unten fehlt. Komm ich mal nach unten. Jetzt ein Gang oben wäre nice gewesen, aber jetzt ist es eh too late. Äh, die hat sich gerade weggeportet. Wir wollten gut da. Bright gesehen. Der D.P ist auch noch oben jetzt. Ja die pushen gleich hier oben durch, ich brauch's ja nicht noch mal so Oh, sorry Geh mit der PA ruhig mal hoch, hilf denen mal, mach das hier unten Der Tower fällt, wir haben oben die ganze Lane durchgepushed Ich geh ja da Dann lass uns mal in der Mitte pushen, komm lass uns wieder pushen, jetzt pushen Wie wär's denn lieber mit unten defen, der Alex ist da unten auch noch Ich bin immer noch oben Ich brauch unten, unten ist kein def von nöten Du brauchst jetzt auch nicht mehr defen, die kommen jetzt entweder in die Mitte oder nach unten Ich geh mal davon aus, die kommen in die Mitte Wenn ich jetzt auch sage 4 oder 5, ich weiß nicht ob's andere waren Aber ich schätz mal, da keiner auf der Map ist Nice Ich geh gleich alleine in den Tower mit Ja, was noch? Mal eine Wave Ich geh noch kurz weg Ich gehe wieder later Oh, mitte fehlt alles, weg 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 Clitch gosh Ja, ich bin schon Tax Ähm Ja bitte defen mein ulti hat ausgelöst das ist nicht dein ernst warum zur hölle was denn es ist einfach nicht mein decker in der blöde Ah, du heiliger. mal gucken mein ulti gattet nicht beim tower was ist das denn wenn ich schon wieder ich hoffe das hat keiner gecheckt hier oben hast du da ich habe kein ulti genial auf mich jawohl ich komme gleich auch mal mit da da oben links aber wo die allmächtige war das knapp ah huern so ein geister antimatch ist so ein fieder der ist ja behindert oh man das wird ihm nicht viel bringen alter die stehen so schön beieinander mann ich habe mein scheiß ulti net komm 10 nach rechts ja ich weiß jawohl jetzt hinterher ja los los pushen zurück gehen wer geht denn zurück oh hier der heid die die wo ist das die 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 Da ist der Tower weg WBB 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 Okay, ich geh mal oben dessen Beide hober Inge Jungle So So Ja und jetzt mal annähernd gefarmt Das ist ja das Stimme Ha 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 Your top tower is under attack Weiß ich was sich der Anti-Mager auf einmal hier dazustellt Ob der jetzt mich im Farm klauen will Hm, tja das ist die Schwierigkeit bei diesen Für Carries, ne Alter Da unten und oben stehen noch die First Towers So bitter Irgendwie fehlt man denen hier, ne? Ich glaub dir mal ein Roche an Mh Ne, glaub ich nicht Oh Ja, ich hab's doch noch gesagt Huska Müsste den auch eigentlich getten Fast schon alleine Ja, dann würd ich sagen mit the death Ja Da steh ich mit meinem Pferdchen Da steh ich mit meinem Pferdchen Mein kleiner grüner Kaktus So eine goldene Stimme So eine goldene Stimme So eine goldene Stimme So eine goldene Stimme Wer hat den jetzt? Von den Faggots? Kommt ihr jetzt mal mit, ne? Jetzt kommt er in den Wald Das habt ihr euch selber eingefrogt, alter Jesus Christ, wie ihr hier verkackt Der, 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 der Dings Der, der kommt wieder Oh, Leute Seht ihr den Grabstein nicht? Jesus Christus Ah ja, wie gesagt, kommt Mitte Stattdessen bleibt Ja, alle anderen sinds wieder Ist doch gut jetzt Naja, ist nicht gut, Junge Ich hab's zehnmal gesagt Hab ich auch keinen Bock mehr drauf Mittlerweile Ich bin in die Mitte gekommen Ich bin halt dumm Naja, war doch im Wald verstreut, Junge Ja, weil wir auf dem Weg in die Mitte waren Man, leider Ich hab's fünf Minuten vorher gesagt Zehn Jahre vorher Isst dich nicht ein Da muss ich jetzt mal ein bisschen rumheulen Wie so ne kleine Bitch Na dein Maul Ja Ich bin jetzt Was mit den Hab ich Was mit den Ich werde dich verraten. Ja, ja. Dein Untergrund ist in der Atmosphäre. Sollten wir das unten nicht, ich geh mal unten setzen. Alter, wo wollt ihr da oben hin? Ja. Wollt den Busca hinterher rennen mit halbem Life, kann ich im Spiel weg klatschen? Naja. Alleine wird das schwierig. So. Der hat nämlich 4-1, der hat einen relativ guten Farm und desto weniger HP der hat, desto stärker wird er auch. Jetzt alle drauf, bleibt uns nichts anderes übrig. Und ich bin gezaubert, Junge. Immerhin mal, Alter. Das war doch gut. Jetzt mal. Cool cash. Ach Leute, ernsthaft? Alter, nur mal, weil ich ein Stück zurückgehe oder was, Junge? Der Tower hatte mich und es waren keine Minions da. Oh oh, B, 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 definitiv B. ner added, وتengloh Nice Besser als zu sterben, oder? Vielleicht auch nicht. Doch. thurgh,視 Dogade. Finde ich, wenn du deine Fahre kriegst. Immerhin. Ach, sie wollen pushen. Ja, sie wollen aber Mitte pushen. Ja, ich kann ja in der Mitte defen. Kann er mehr laufen? Ich hoffe, die haben im Wald nicht gewordet. Vorsicht. Du Scheiße! Oh, kacke. Scheiße. Ja, du. Wir haben das gehabt. Ich will kurz. Does it tingle? Hey, it tingles. Wenn wir jetzt alle oben sind, können wir mal schnell hier Mitte pushen und alles wegkauen. Dann missbrauchen wir aber jetzt alle, die noch leben. Ja, kommen wir. Wir werden jetzt schon runterkommen. Ich rechne damit. Ja, die fehlen oben. Ah, ne da, ne da. Doch, die kommen. Ge weg, ge weg, ge weg. Ach so, dann das unten durchdrücken. Ach so, dann das unten durchdrücken. Wir sind jetzt hier, die Minions sind eher im Tower bei denen. Mal unten ein bisschen arbeiten. Ja. Oh, scheiße. Ja. I need more monies. Ja. Bitte kommt was, bitte kommt was. Ja. Hallo unten. Okay. Hast du gesehen, Captain? Ja, dann sammeln hier und... ...getten. Halt ihn in die Seite. Probiert irgendwas Schlaues. Keine Ahnung. Hier zu mir. Oh mein Gott, ich werde so qualtversterben. Oder nein, mein Ulti. Mein Ulti muss jetzt angehen. Jawohl, er springt mich an in meinem Ulti. Tötet ihn. Jawohl. Er hat mich echt in meinem Ulti angestrungen. Das ist so schön gegettet. Ich hab zwei mit meinem... Meinen gekillt. Ulti drauf, geslowt. Die konnten nicht weg. Bitte schön. Oskar hat glaube ich meinen Ulti nicht gecheckt. Der ist auch noch drauf gesprungen. Oh, weg, weg. Ulti. Nö, nö, lass. Selbst wenn, der eine alleine. So, wir müssen jetzt aber drücken. Drücken, 20 Sekunden kommt. Beide Tower weghauen. Ja. Toll, glaubst du das bringt's? Ja, der macht keinen Schaden. Und der Tower stirbt noch mehr. Halt. So. Und B, Alter. Back. So, jetzt schnell mal Secret vorbeirennen. Jetzt lass oben pushen direkt eigentlich. Ja, deswegen. Nicht da am Weg. Ich würde auch direkt oben pushen. Haben wir ein Random im Team? Ja, ein Anti-Mage. Ähm. Ah, scheiße. Ich hoffe, die haben den Fluss nett geworden. Yes. Ist egal. Wenn ja, dann sind wir jetzt gleich im Arsch. Naja, nett unbedingt. Bist du unbedingt. So, ich hab jetzt auch meinen... Deinen Fluss? Also, wenn Nuss dann nochmal in mich reinspringt, dann könnte es gut werden. Ja. Er heult rum, Alter. Jetzt leckt der auch noch, oder was? Er leckt die ganze Zeit schon. Wundert mich nicht, wenn ich seinen Stat angucke. Ja. Oh ja, der Turm ist weg. Komm schon. Drauf. Da war ich der Fick gerade Mitte. Da waren nämlich ein paar viele Flieger. Jetzt wird für Gleichstand gesorgt, ja. Sollten wir zurück, Captain? Ähm. Ja. Ja. Wir müssen wir dann jetzt gleich nochmal zusammen gehen. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Anti-Mage und Luke in die Mid. Drücken da nochmal. Oh, unten, ja. Da brauchen wir jetzt auch keine Möglichkeit, irgendwas rauszurechten, wirklich. Kannst ein paar mal reinschließen, auch sind sie nutzt. Hätten wir doch weiter oben machen sollen. Oh, wir haben noch einen Fortify. So, drauf, drauf, drauf. Jag sie zurück. Ah, Leute. Wo ist meine? Ja, sie lassen ja die Nice. Sehr gut. Ich komme rein. Ulti ist an. Einen eigenen Leute in dem Ulti, Junge. Komm mal auf. Jawoll, jawoll. Und nochmal rein, komm los, ne. Jawoll. Und der ist auch noch dein. Ja, ist schade. Jawoll, ist schön. Ja, Mann. Rubik Adam. Rubik Adam. Nein, der zaubert mich, oh mein Gott. Oh Gott, falsches Gelände. Passt die Fadenboost an? Ja, ich bin dabei, Junge. Ja, das wird nichts. Krieg den noch, Junge. Weißt du? Ja. Komm, explodier, du Ding. Explodiere. Das bedeutet nur, wenn du Schaden laufen hast, gell? Komm, geh zurück jetzt, Alter. What the fuck. Jetzt, ob der stirbt, Junge. Irgendwas muss nach. Jetzt habe ich keinen Wanner mehr. Hahaha. Die Einsicht kam schnell. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Genau. Eher nicht. Aber ich kann mir das rüber leisten. Permafrost preserves me. Immerhin kann ich mir das... Ja, dann lass Mitte pushen jetzt. Na gut, jetzt sind sie alle wieder da, aber... Und ich hab kein Manner. Soll ich oben nochmal durchdrücken? Oh, mein Ulti kostet kein Manner. Nee, lass zusammen Mitte pushen. Alle zusammen jetzt. Und was ist das hier für ein Vieh? Wem gehört das? Achso, das ist uns. Dacht schon. Wer verfolgt mich da? Ach, das ist meiner. Da hab ich ja nicht drangehäftet, weil ich nicht runtergefahren bin. Mein Haustier. Ja, ich seh's. Die kommen gleich wieder, Alter. Oh. Doch oben durch den Wald. Im Wald, lass den Wald, den Wald. Ah, den hier. Tja. Tja. Lol. Er kommt denn. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Ja, egal. Egal. Drinnen bleiben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Jawoll. Oh, nein. Ich hab die gedrückt. Ah, der fällt. Hey, PA. Raus aus dem Ulti. Jesus Christ. Was sollt nix? Oh, Mann. Jawoll, Lukas. Bitch. Nur noch Rubik. Rubik verpiss dich hier. Komm, push zu zweit ruhig durch. Die sind jetzt... Ah, die Rex nehmen jetzt, Alter. Ich hab mein Ulti noch. Es hat keinen cooldown, weil es nicht getickt hat. Alter, nice. Und ich hab jetzt das Part noch fertig. Vorne. Mach die Minions weg, Lukas. Stehen im Weg. Ah, scheiße. Weiß nicht, ob er es rechtzeitig hinkriegt. Also... schöner Kebab ist wieder da. Ja. Lass zurückgehen, lass zurückgehen. Lass im Fluss treffen. Lauf da hin. B2River. 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 Ja, warte mal. Ja, genau. Ja, warte mal. Das hier... Wie sowas. Warte jetzt. Ich hab'n Mekker. Ich hab's auch eben reingeserzt. Ohhhh. Hallo. Hä? Bleib Meke. Wir können die nochmal weghauen. Ja. Mit ein bisschen Glück. Noch 15 Sekunden hätte ich mein Uldi am Start. Sonst bisschen... Okay. Lukas? Die sehen mich ja eh, das bin wir. Warte jetzt. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Scheiße, drauf! Mach die Minions weg. Wir sind nun zum Weg. Der im Fläget. Da, der Ding ist ja morgen. Ah, ich bin silenced. Oh, nee! Scheiße! Ah, schade. Geil, was war das denn? Ich hab'n B1 geschafft, den... Der hat ein Ulti geklaut, der hat ein Ulti geklaut, Junge. Entsucht? Ja. Scheiße, ich muss auch zurückgehen. Scheiße, jetzt ist mein Ulti nämlich aus. Jetzt bin ich tot. Das war bitter. Ulti geklaut. Der war nicht mal so dumm, ne? Nee, das Ulti ist OP. Faggot Minions. Ich reiße sie. Du musst Mitte deathen, Alter. Wo läuft ihr rum? Ja, pff. Was soll denn einer alleine da ausrichten? Kannst du mir das verraten? Ja, der Undimage macht auch gar nix. Schöne. Jo, du denkst, die solltest du auch zurück eigentlich. Aber jetzt ist es auch am Arsch. Und wenn der eine stirbt. Ja, der ist der Gold, Junge. Und wenn der eine stirbt. LOL hat der gerade was gesagt. Oh Gott. Oh, that's cool. Rubeck pimmelt da noch rum. Hier ist Stings. Jetzt nur her. Weg, 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 weg. Seins sch- Und ich bin offline. Ich hab meinen Ulti. Geht drauf. Was sind denn die anderen wieder mal? Guck mal, warum Temmeln verpässt? Guck mal, warum Temmeln verpässt? Guck mal, warum Temmeln verpässt? Weil die Nahkampf-Kaserne steht ja sogar noch. Ich bin schon wieder gezaubert. Ich bin schon wieder gezaubert. Rette dich, halt durch. Oh mein Gott. Jawoll, hau sie weg. Ich hab meinen Ulti gleich. Mein Ulti ist wieder am Start. Ne, mein... Ja doch, mein Ulti ist am Start, Alter. Voll scheiße. Ich muss mich heilen, sorry, Mann. Ich trove. Beide! Beide! Baaaaaaagh! Wir müssen alle auf die Eile laufen. Hier, da oben, der Dings ist wieder bei mir. Ihr müsst jetzt kommen. Ja. So, jetzt aber durchpushen, Alter. So, stimmt nicht, Alter. Und ich bin gezaubert. Tötet ihn, der muss sterben. Ist tot. Tot, durch, push. Hör uns. Oh, direkt reich. Wo sind die Minions? Egal. Nein, da steht hier. Hey, ah, schick sie dir mal kurz zurück. Da soll nur was mitnehmen. Leute, ja. Wo sind die Minions? Los, Minions, beeilt euch. Oh, was sind die Minions, Alter? Getten Minions. Ja, tank einer die Scheiße, dann machen wir das so. Ja, ich tank das. Ja, der tank das wirklich. Ja, ich renne als erster in den Power. So, wir müssen jetzt auch die Nahkampfkaserne nehmen. Hier, die. Dein Ernst. Er packt so ab mit seinem Scheiß. Abfahren. Ah, scheiße. Ja, ich sollte. Ja, komm nicht zurück. Lauf lieber. Ich hab mein Ulti zu sich. Lauf, 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 lauf. Loll, der Kreis ist wirklich auf dem. Macht ihr dem jetzt Schaden? Ähm, er hat sie dir geklaut, gell, oder? Achso, der hat mir das geklaut. Mh. Der Motherfucker. Auf Gegner kannst du's nicht machen, das kannst du nur verbündet immer. Ja, ich hab mich schon gewundert, Alter. Ja. Scheiße, dass wir nicht die Rex genommen haben, Alter, es war bitter. Jetzt kommt wieder alle Mitte, Junge. Wir müssen jetzt alle Mitte wieder deffen. Ja. Oh, oh. He, he. Ah! 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 Ich glaube, er ist 20 Sekunden wieder zum Ulti, Junge. Oh, sag doch was, Alter. Genau, ich hab mein Ulti, Junge. Klar, geh ich da rein. Nö. Jetzt Mitte zurückpushen und versuchen, die Rex zu nehmen. Ja. 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 Nein. Battle Fury bringt ja nur Nachkamp an was, genau. Soll ich zuerst kommen oder oben? Nee, komm, komm, wir müssen jetzt hier mit Direx nehmen, sonst wird das wirklich... Wo seid ihr alle? Ah ja, schönes Ulti. Scheiße! Jawoll! Und Ruska! Wichser! Vorsicht, mein Ulti ist unterwegs. Geht auf die drauf! Scheiße, ich hab mein Ulti hat cooldown, Alter. Slowed, slowed, slowed! Achtung! Slowed, verdammte! Witch! Nee, ich muss weg, Alter, mein Ulti hat cooldown. Ist doch nett. Weg hat beinahe gestorben. So, kommt mal her! Duke aber! Tchuu! 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 Mit special effects on Tchuu! 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 Boah! Ah, ich hab ja mein Heart wieder gegattet, Junge. D oder was? Ich bin wieder... Nee, ich bin wieder da. Dabei macht's alle fällig, schon fehl. Dresicien muss jetzt schnell das Dings holen. Los, die Dings nehmen, Alter. Aufziehe mit Gebrüll! Ah, er schläfelt mich die ganze Zeit ein, Junge! Wenn du gesilenced mit der Skelle geht dein Ulti hoch! Auf Mana! Ja, ja, ich weiß. Risiko muss man aber jetzt nicht mal eingehen. Boah! Geh mal fürs Back. Ich bin gleich tot. Geh zurück, Geh zurück. Oh lord, er hat mein Ulti ge-ge-ge-gettet. Geh zurück, Jungs! Nein! Ich hab mein Ulti! Was denn jetzt? Jetzt bin ich tot. Das ist ein Weg. Ich dachte, mein Ulti wär noch an. Ja, scheinbar nicht. Ja, das ist ein Weg. Toll. Scheiß Minions von denen. Machen unsere Minions nix. Ah, die wasten unsere Base weg. Scheiße, Alter. Wir hätten mal alle zusammen auf die Racks gehen müssen. Ja, was haben wir doch gemacht? Dann kamen sie, haben uns gesplittet, und dann war's das. Ja, wenn sie uns gesplittet haben. Ja. Haben sie's gut gegettet, Jama. Also, wie sie uns gesplittet haben, haben sie's gut gegettet, meine ich. Nein, nein, bei uns Mitte. Schnell. Ich bin erst in 30 Sekunden wieder da. Befürchte, die finischen das jetzt. Ah, nein. Nein. Lasst mich in Ruhe. Du bist ein Schwein. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Lass nicht verlieren, Mann. Ja, das sind die Minions von denen. Immer genau dann kommen, wenn ich mich... Hoffentlich. Ich komme. Ach. Jawoll. So, jetzt zurück, los. Backpush, verdammte. Nein, da muss oben treffen. Wahrscheinlich. Nee, ich brauche das. Jawoll, was macht der Jäger da? Jäger rennt hinter ihnen her. Bis sie alle weg. So, komm, finischen jetzt, wenn wir sie zum Krieg machen. Ja. Ist doch nett. Ja, ja, ist ganz schön OP, Alter. Deswegen liebe ich die halt auch so. Was macht denn er? Andi-Mage steht wiederum, cool. Ich komme, komme. Jawoll. Komm her, faceless, Alter. Du hast mein Schild. Nice, geh ich drauf, Alter. Rex, du kommst mit. Waste die Base weg, Alter. Waste die Base weg, Alter. Waste den Husker weg, Alter. Jawoll. Das war ein Waste-Dulti. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall hier. Alle, alle hier. Und jetzt hier nochmal töten. Die denken mich. Hahaha. Ich liebe diese Soldiers. So, okay. Gloria! Hörte ihn. Hörte ihn. Hörte ihn. So, fand ich das, das Ancient, Alter. Das, ich hab' nicht gedacht, dass wir das schaffen. Näh, das war wirklich in der Arsch haben. GG. Ehh. Das war nochmal. Das war nochmal. Das haben wir uns gedacht, Alter. Oll. Das war. Das war. Sorry, Crew for the poor play. Immerhin einer. 10, 4, 22. 20, ja, da wären wir nicht zufrieden. Ich bin in meinem auch ganz zufrieden. Ah, Level 10 Geschenk, okay. Was denn? Layer-Karte. Baaah. Who was your surprise? Was hast du da für einen Scheiß gekriegt? Layer-Karts? Nee, aber die kriegt jeder wieder, genau wie die Punkte. Das kriegt einfach jeder. Der wird damit zugespampt. Jawohl. Ja.